Hier präsentieren wir die 5 besten Cup-Sägen-Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Makita MLS 100 Cup und Gehrungssäge. Natürlich spielt auch der Markenhersteller in der besten Liste der Cup-Sägen mit. Seine Cup- und Gehrungssäge ist relativ kompakt, weshalb sie auch in der kleinsten Werkstatt zum Einsatz kommt. Mit ihrem Gewicht von gerade einmal 14,7 kg ist sie ebenso transportabel wie auf der anderen Seite standfest. Dieser stabile Halt ist bei ihrer Arbeit sehr wichtig, denn er verhindert das Umkippen des Gerätes während des Sägevorganges. Auch in puncto Funktionalität spielt diese Makita in der oberen Liga mit. Ihre Neigungseinstellung ist nach links von 0 bis 45 möglich. Für den Drehteller sind 0 bis 45 nach rechts vorgesehen. Dieses Modell ist gleichsam für Anfänger wie für Fortgeschrittene geeignet, da die Inbetriebnahme selbsterklärend ist und hinsichtlich der Fiaturus keine Wünsche offen bleiben. Nummer 4. Güter 55.250 GRK 210 BS Radialzug-Abgehrungssäge. Mit ihrem leistungsstarken 1500 Watt Motor heizt die Kappsäge all ihren Bretten ordentlich ein. Als Kapp-, Zug- und Gehrungssäge bietet sie Ihnen zahlreiche Schnittwinkel mit einem Maximum von 0.45. Dabei ist die Einstellung der Neigungswinkel für rechts- und linkseitiges Arbeiten vorgesehen. Währenddessen hält die eingearbeitete Klemmvorrichtung ihr Holzstück an Ort und Stelle. Ein Blick auf den Drehtisch führt Sie direkt zur praktischen Skala. Sie wünschen noch mehr Präzision? Oberhalb des Winkels finden Sie die Schnittlinienanzeige. Per Knopfdruck schalten Sie den Laser zu, wenn Sie exakt sägen wollen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer List Nummer 3. TAK-Liefe Kappsäge PM S01X Bereits der Optik der TAK-Liefe lässt eine hochwertige Kappsäge vermuten und diese Vermutung ist richtig. Der sich aus einer Kombination aus Metall und Kunststoff zusammensetzende Korpus ist praktisch unverwüstlich. Sämtliche Nutzbereiche bestehen aus Kunststoff und sind dadurch leicht zu reinigen. Der Motor sitzt hingegen in einem reinen Metallgehäuse, welches seiner Energie standhält. Gigantische 1500 Watt bewegen sich hier in einem Raum von 73,4 wie 44,4 Xp 35,5 cm. Damit liegt die TAK-Liefe hinsichtlich ihrer Größe im mittleren Feld. Ebenso verhält es sich mit ihrer Drehzahl, die bei Leerlauf 4500 Umdrehungen pro Minute erreicht. Nummer 2. Busch Professional Panelsäge GCM 8SJL Geballte Purve auf kleinstem Raum, diese begegnet Ihnen bei der Busch Panelsäge. In Ihrem Gehäuse mit den Massen 46 by 91 by 41 cm steckt eine Leistung von 1600 Watt. Damit liegt dieses leistungsstarke Gerät im oberen Bereich. Gleichzeitig ist Ihr Gewicht zu beachten. Zwar ist diese Kappsägte aufgrund ihres Gesamtgewichts von 17,1 kg nicht die leichteste. Doch eines ist sicher wo sie steht. Da steht sie sicher. Umgippen ausgeschlossen. Gerade wenn sich Kinder in Ihrem Haus befinden und das Gerät anrempeln, bleiben Kind und Säger unversehrt. Und die Nummer 1 unserer Liste. KGS 216 M 619.260.000 Kappsäge Die KGS Kappsäge stammt aus dem Haus Metabo und das allein spricht für ihre Qualität. Ihr Motor ist das Herzstück der Säge und erreicht ganze 1500 Watt. Ein Indiz für effektives Arbeiten ohne Ruckeln und Aussetzer. Das Gewicht von 14 kg spricht für die Konzentration des Herstellers auf hochwertige Stoffe. Hier setzte er auf eine Metall- und Kunststoffkombination. Ihre Größe mit den Massen 34 bis 76 bis 47,5 cm ist optimal, denn eine geringere Größe erschwert die Arbeit und eine größere Variante braucht auch mehr Platz. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.